Ihr Körper funktioniert wie eine präzise Uhr, die feine Signale aussendet. Wenn etwas nicht ordnungsgemäß funktioniert, werden diese Signale oft übersehen. Jedoch könnte Ihre Vernachlässigung eine Vielzahl von Problemen für das größte feste Organ unseres Körpers verursachen. Leber. Wussten Sie, dass dieses Organ Ihnen Warnsignale senden kann, wenn etwas nicht stimmt? Achten Sie auf, da ich Ihnen die acht häufigsten Signale verraten werde. Viele Menschen ignorieren dies, was die Ursache für Ihr allgemeines Unbehagen sein könnte. Beginnen wir. Erstes Signal. Plötzliche Veränderung des Körpergeruchs. Stellen Sie sich vor, plötzlich bemerken Sie eine Veränderung Ihres Körpergeruchs, die nicht auf Ihre Hygiene oder Ernährung zurückzuführen sind. Wussten Sie, dass dies mit Ihrer Leber in Verbindung stehen könnte? Es ist korrekt. Eine Leberfunktionsstörung kann zu einer Ansammlung von Giftstoffen in Ihrem Körper führen. Dies zeigt sich unter anderem in einer deutlichen Veränderung Ihres Körpergeruchs. Ein deutliches und häufig unangenehmes Symptom könnte ein früheres Anzeichen sein, dass etwas nicht in Ordnung ist mit Ihrer Leber. Lassen Sie uns nun über Trimethylaminuri, ein Symptom, sprechen. Es ist auch unter dem Namen Fischgeruchssyndrom bekannt. Sie könnten sich fragen, was das mit der Leber zu tun hat. Diese seltene Krankheit tritt auf, wenn die Leber Schwierigkeiten hat, bestimmte Verbindungen abzubauen, was zu einem starken Fischgeruch bei der betroffenen Person führt. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht die alleinige Veränderung des Körpergeruchs ist, die mit Leberproblemen in Verbindung steht. Einige Patienten mit fortgeschrittenen Lebererkrankungen können beispielsweise ein süßes, unangenehmer Geruch in Ihrem Atem, der als Lebergeruch bekannt ist. Achten Sie also auf diese Veränderungen des Körpergeruchs, der Schlüssel zur Erkennung von Leberproblemen im Frühstadium. Ignoranz. Sie nicht die Botschaften, die Ihre Leber möglicherweise über Ihren Geruchssinn sendet. Symptom Nummer 2. Juckende Haut ohne Nesselsucht oder Ausschlag. Haben Sie jemals einen unerklärlichen Juckreiz verspürt? Weder Insektenstiche noch auffällige Trockenheit? Möglicherweise hängt dieses Gefühl mit Ihrer Leber zusammen. Wie kann das sein? Es stellt sich heraus, dass wenn Ihre Leber Probleme bekämpft, die Ansammlung von Gallensalzen im Blut, ein anhaltender und lästiger Juckreiz auf der Haut kann auftreten, ohne sichtbare Anzeichen zu zeigen. Wussten Sie, dass dieser Juckreiz oft eines der ersten spürbaren Symptome von Lebererkrankungen ist? Was ist ein Beispiel für primäre biliäre Zirrhose? Es ist wichtig, zusätzliche Untersuchungen durchzuführen, um festzustellen und frühzeitig behandeln, mögliche zugrunde liegende Leberprobleme. Die Erkennung dieser frühen Anzeichen kann entscheidend sein für eine effektive Kontrolle Ihrer Lebergesundheit. Anzeichen Nummer 3 Übermäßiges Schwitzen Insbesondere nachts Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts schweißgebadet auf. Dies geschieht nicht nur gelegentlich, sondern oft. Wussten Sie, dass dies auch mit Ihrer Leber in Verbindung stehen könnte? Eine Leberfunktionsstörung kann signifikante Auswirkungen auf die Hormonregulierung Ihres Körpers haben. Dies kann zu nächtlichem Schwitzen und übermäßigem Schwitzen tagsüber führen. Hier ist eine faszinierende Information. Nachtschweiß kann BI-spezifischen Lebererkrankungen wie Hepatitis C und Leberkrebs intensiver sein. Sie sind häufig eines der ersten erkennbaren Anzeichen, die auf ein zugrunde liegendes Problem in der Leber hinweisen. Dies geschieht, weil die Leber eine wichtige Rolle BI der Regulierung zahlreicher Körperfunktionen spielt, einschließlich der Temperatur. Achten Sie also auf die Temperaturregulierung Ihres Körpers. Wenn nächtliche Schweißausbrüche häufig und auffällig auftreten, insbesondere BI-Begleitung von anderen leberbezogenen Symptomen, dies könnte ein wichtiger Indikator für die Gesundheit Ihrer Leber sein. Ignoranz dieser Zeichen ist nicht ratsam. Signal 4 Achten Sie auf Ihre Handflächen. Achten Sie auf Ihre Handflächen und bemerken Sie eine intensivere Rötung als üblich. Dieses Phänomen wird als Palmarerithem bezeichnet. Mögliche Leberprobleme können subtil, aber deutlich aufgedeckt werden. Was ist der Grund dafür? Ein erhöhter Östrogenspiegel ist bei Lebererkrankungen üblich, kann zu einer Erweiterung der Blutgefäße in der Leber führen, dies zeigt sich in dieser charakteristischen rötlichen Farbe in den Händen. Interessanterweise kann Palmarerithem auch mit anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden, Rheumatoide, Arthritis und Schwangerschaft. Wenn es jedoch zusammen mit anderen leberspezifischen Symptomen auftritt, es ist wichtig, die Untersuchung dieses Zustandes fortzusetzen. Das Ignorieren dieses visuellen Signals kann dazu führen, eine wichtige Nachricht zu übersehen, dass Ihre Handflächen Ihnen etwas mitteilen möchten. Signal Nummer 5 Anhaltender Mundgeruch Mundgeruch ist unangenehm, nicht wahr? Jedoch was geschieht, wenn es so aussieht, als ob keine Menge an Bürsten kann Mundwasser Ihren Atem erfrischen? Möglicherweise ist Ihre Leber betroffen. Eine Lebererkrankung kann zu einem Zustand führen, der als Lebergeruch bekannt ist, die durch einen charakteristischen modrigen Geruch des Atems gekennzeichnete Krankheit. Interessanterweise ist Lebergeruch nicht nur unangenehm. Jedoch kann auch ein Anzeichen einer fortgeschrittenen Lebererkrankung sein. Dieser Duft wird häufig als süß beschrieben. Seine Anwesenheit könnte darauf hindeuten, dass die Lebergesundheit genauer betrachtet werden muss. Vermeiden Sie chronischen Mundgeruch. Es ist von Bedeutung, das Problem zu analysieren und nach effektiven Lösungen zu suchen. Signal 6. Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und Alkohol Ein weiteres wichtiges zu beachtendes Kriterium ist die Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und Alkohol. Haben Sie festgestellt, dass bestimmte Substanzen eine intensivere Wirkung auf Sie haben als üblich? Dies könnte darauf hindeuten, dass Ihre Leber Schwierigkeiten hat, diese Stoffe zu verarbeiten. Eine Lebererkrankung kann die Fähigkeit der Leber beeinträchtigen, Giftstoffe abzubauen. Dies kann zu einer gesteigerten Empfindlichkeit gegenüber selbst geringen Medikamenten oder Alkoholmengen führen. Wussten Sie, dass bestimmte Lebererkrankungen, wie alkoholische Lebererkrankungen und Hepatitis, kann mäßiger Alkoholkonsum die Anfälligkeit für Leberschäden erhöhen? Es ist wichtig, die erhöhte Sensibilität zu erkennen, da es ein früher Indikator für Leberprobleme sein kann. Sobald diese Veränderungen bemerkt werden, ist es an der Zeit, den Gesundheitszustand Ihrer Leber genauer zu untersuchen. Nehmen Sie präventive Maßnahmen und handeln Sie entsprechend. Signal 7 Ödem, achte auf Beine, haben Sie festgestellt, dass Ihre Beine und Knöchel in letzter Zeit häufiger geschwollen sind? Diese Schwellung, auch als Ödem bekannt, könnte auf Leberprobleme hinweisen. Wenn die Leber Flüssigkeiten nicht effizient verarbeiten kann, sammeln Sie sich in den unteren Körperregionen an, verursacht Unbehagen und ein Gefühl der Schwellung. Es ist wichtig zu betonen, dass Ödeme auch auf Herz- oder Nierenprobleme hinweisen können. Wenn Sie jedoch andere leberbezogene Symptome, wie die oben genannten, hinzufügen, ist es wichtig, zusätzliche Untersuchungen durchzuführen. Ignorieren Sie keinesfalls dieses Symptom, indem Sie annehmen, es sei lediglich eine gewöhnliche Schwellung. Dies könnte ein deutliches Anzeichen dafür sein, dass Ihre Leber besondere Aufmerksamkeit benötigt und ist gestresst. Unterschätzen Sie keinesfalls die Signale, die von Ihrem Körper gesendet werden. Signal 8 Beobachtung der Reaktion Ihres Körpers auf fettreiche Nahrungsmittel Haben Sie festgestellt, dass Ihr Körper zu protestieren beginnt, wenn Sie Fett essen? Es ist an der Zeit, die Gesundheit Ihrer Leber genauer zu untersuchen. Die Lebergesundheit kann die Gallenproduktion beeinflussen, die wichtig für die Fettverdauung ist. Vermutung? Steine in der Gallenblase, diese harten Eindringlinge, auftreten bei Personen mit Leberproblemen, ist häufiger, was die Verdauung von Fett zusätzlich erschwert. Nach einem fettigen Festmahl können Sie sich aufgebläht und übel fühlen oder häufiges Toiletten suchen. Es ist, als ob Ihre Leber Ihnen ein Alarmsignal sendet. Ihr Verdauungssystem spricht die Wahrheit und signalisiert klar, wenn etwas nicht stimmt. Nach der Untersuchung dieser acht faszinierenden Zeichen ist es völlig normal, sich zu fragen, wie wir unsere Gesundheit fördern können. Trotz dieser Anzeichen können Anlass zur Sorge geben. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Leber an dem Punkt ist, von dem es kein Zurück mehr gibt. Die Regenerationsfähigkeit der Leber ist erstaunlich. Mit angemessener Pflege können Sie sogar erhebliche Verluste verkraften. Einer der wichtigsten Schritte, den wir unternehmen können, ist wichtig, einfache Änderungen in unserem Lebensstil umzusetzen, BI-Lebergesundheit, im Fokus. Dies beinhaltet die Anpassung an eine ausgewogene Ernährung mit reichlich Obst, frischem Gemüse, Vollkorn und mageren Proteinen. Diese Lebensmittel sind nährstoffreich und Antioxidantien, die für die Erhaltung der Lebergesundheit und den Schutz vor Schäden unerlässlich sind. Es ist ratsam, den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln zu verringern. Gesättigte Fette und zugesetzter Zucker können die Belastung unserer Leber verringern und eine gesunde Leber fördern. Stellen Sie sich vor, unsere Leber ist wie ein Hightech-Motor, der ständig arbeitet, um die optimale Funktion unseres Körpers aufrechtzuerhalten. Wenn ihm jedoch eine Ernährung gegeben wird, die reich an verarbeiteten Lebensmitteln mit Zusatzstoffen ist, überlasten wir diesen Motor. Diese Lebensmittel wirken wie minderwertiger Kraftstoff, der die effiziente Funktion der Leber beeinträchtigt und kann zu langfristigen Gesundheitsproblemen führen. Die Verringerung des Konsums dieser verarbeiteten Lebensmittel ermöglicht es unserer Leber, eine wohlverdiente Pause einzulegen, um sich auf seine Hauptaufgaben konzentrieren zu können, wie die Entgiftung des Körpers, die Produktion von Verdauungsenzymen und die Proteinsynthese. Dies kann dazu beitragen, die Belastung unserer Leber zu reduzieren, sondern auch seine Fähigkeit zu verbessern, diese wichtigen Aufgaben effektiver auszuführen. Gesättigte Fette und zugesetzter Zucker sind besonders schädlich, da sie Lebererkrankungen verursachen können, wie nichtalkoholische Fettlebererkrankung oder nichtalkoholische Stethohepatitis, Lebererkrankungen, die mit Fettansammlungen und Entzündungen verbunden. Durch die Verringerung der Aufnahme dieser problematischen Nährstoffe schützen wir aktiv die Gesundheit unserer Leben und vermeiden mögliche Komplikationen in der Zukunft. Um eine gesunde Leber zu fördern, ist es auch wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu trinken. Wasser unterstützt die Entfernung von Giftstoffen aus dem Körper und fördert eine optimale Leberfunktion. Achten Sie also darauf, dass Sie den ganzen Tag über genügend Wasser trinken und beschränken Sie den Verzehr von zuckerhaltigen Getränken und Alkohol, da dieser die Leber überlasten und im Laufe der Zeit zu ihrer Verschlechterung beitragen kann. Wenn es um Alkohol geht, ist es wichtig, sich über den eigenen Konsum im Klaren zu sein. Ein übermäßiger Konsum von Alkohol ist eine Hauptursache für Leberschäden und kann schwerwiegende Krankheiten verursachen, wie Lebererkrankungen, Alkoholabhängigkeit und Leberzirrhose. Wenn es um Trinken geht, dann in Maßen. Erwägen Sie, alkoholfreie Tage einzulegen, um Ihrer Leber eine Pause zu gönnen. Zusätzlich zu diesen Lifestyle-Veränderungen ist es wichtig, auf unseren Körper zu hören und Hilfe zu suchen, wenn man eines der genannten Symptome erlebt. Für persönliche Beratung und Hilfe können Sie sich immer an einen Arzt wenden. Sie können die erforderlichen Bewertungen durchführen, spezifische Empfehlungen geben und unterstützen Sie BA der Erarbeitung eines Plans zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit Ihrer Leber. Bitte denken Sie daran, dass unsere Leber ein widerstandsfähiges Organ ist, das sich regenerieren kann. Durch die Umsetzung einfacher, aber wirkungsvoller Veränderungen in unserem täglichen Leben, was überraschenderweise geschieht, und BA bedarf, ärztliche Unterstützung zu erhalten, die Stärkung der Lebergesundheit und die Sicherstellung der optimalen Funktion unseres Körpers, um eine optimale zukünftige Funktionsweise sicherzustellen. Achten Sie nicht auf die Signale Ihres Körpers und sorgen Sie für Ihre Leber, um langfristiges Wohlbefinden zu gewährleisten. Vielen Dank nochmals für das Anschauen unserer Videos und für Ihr Interesse, auf Ihre Gesundheit zu achten. Falls dieses Video Ihnen geholfen hat, empfehlen wir, es mit Ihren Lieben zu teilen. Erkunden Sie bitte weiterhin unseren Kanal. Hier sind zusätzliche Videos verfügbar und Hilfsmittel, um optimale Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten. Ihr Einsatz für Ihre Gesundheit ist von Bedeutung. Wir sind hier, um Ihre Reise zu einem gesünderen Leben zu unterstützen. Vielen Dank.